Freust du dich? Ja. Worauf freust du dich? Keine Ahnung. Auf die Probe. Aufs Filme machen? Ja, auf beides. Du hast ja gesagt, ich mache nur mit, wenn ich selber filmen darf. Stimmt das? Ja. Wie war das? Warum wolltest du selber filmen? Weil ich cool fand. Sophie weiß, was sie will und was sie liebt. Das geht nicht allen 20-Jährigen so. Das Theater möchte ich empfehlen. Was für eine Rolle spielst du in dem Theater? Meine Rolle ist Großmutter und Müllfrau. Großmutter und Müllfrau, zwei Rollen. Sophie traut sich was. Unüberhörbar. Und sie liebt Orte, wo es keine Benimmvorschriften gibt. Was hast du auf den anderen Zettel da gemalt? Da habe ich noch mehr Sachen aufgeschrieben. Kunst. Kunst ist sehr wichtig. Was willst du lieber haben? Beides? Vielleicht Pinsel und Schwarm? Noch wichtiger als das Malen selbst sind für Sophie Menschen, die sie auf ihrem Weg begleiten. Ob im Jugendhaus, Theater oder in der berufsvorbereitenden Klasse. Sophie möchte einen Beruf, der Spaß macht. Will unabhängig und selbstständig sein. Genau. Hat schon geknackt. Weißt du was? Ich habe den Reinigungsteller gefunden. Ach, nein. Ach, nein. Ach, nein. Kindergarten. Okay. Geil. Zeitsprung. Zehn Jahre zurück. Als wir Sophie und ihre Brüder kennenlernen, dekorieren sie gerade gemeinsam den Garten für Sophies Geburtstagsfest. Willst du ihn? Doch, wollte Sophie aber auch. Okay, dann tun wir die dahinter. Anfangs findet Sophie die Kamera unheimlich, doch ihre Neugier auf den Menschen dahinter ist größer als ihre Angst. Na du? Na du! Eine blaue? Ja. Und alles ist rot-weiß und eine blaue? Ja. Na wenn du meinst. Gut. Jetzt. Willst du die reinstecken? Du machst. Nö, das musst du machen. Blau ist dein Wunsch. Selber machen. Trau dich. Das bekommt Sophie von ihrer Mutter von Anfang an mit auf den Weg. Vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Super. Bis Sophie in so großer Runde Geburtstag feiern konnte, musste ihre Mutter viele Berührungsängste in Nachbarschaft und Schule abbauen. Richtig alle. Richtig toll. Na genau. Ja, das geht. 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 Dass sie weniger Puste als andere Jugendliche hat, hält auch die fast erwachsene Sophie nicht davon ab, mit vollem Karacho durchs Leben zu stürmen. Endlich selber drehen, in einem Wäldchen, in dem sie früher mit ihren großen Brüdern gespielt hat. Ja, das geht. Achtung, es reicht. Sofie als Drittklässlerin. 2005 ist sie das erste Kind mit Down-Syndrom in einer Regelgrundschule in Baden-Württemberg, durchgesetzt von ihrer Mutter. Die zweite Pädagogin in der Klasse bezahlen damals ihre Eltern. Sie bringt Sofie Lesen, Schreiben, Rechnen bei. Die Klassenkameraden lernen von Sofie, dass manche Kinder langsamer denken, aber lauter lachen können. Sofie geht ihren Weg, weil ihre Eltern sie mitten ins Leben stellen. Zehn Jahre später durchquert sie alleine die Großstadt Stuttgart auf dem Weg in die Berufsschule. Sie ist eine von zwölf Schülern in einem inklusiven Modellprojekt. Man traut ihr zu, später Arbeit in einem ganz normalen Betrieb zu finden. Und haben Sie sich da schon mal drüber Gedanken gemacht, über Arbeitssicherheit? Was schützt die Brille? Da macht man nicht so vor unsere Augen. Manchmal wie bei Bretter, aber das kommt nicht zum Saugen. Das schützt Ihre Augen. Diese Schüler können sich leichter hineinfühlen, als hineindenken in ihre berufliche Zukunft. Handschuhe. Was noch? Handschuhe. Farben. Genau, bei den Farben, die Handschuhe. Aufgabe, einmal ein Arbeitshandschuh, auf der anderen Seite ein Gummihandschuh anziehen. Was fühlt sich besser an? Sophie, bei Ihnen, was fühlt sich besser an? Der fühlt sich besser an? Echt? Ja. Ihr seid alle Schaffer, das ist super. Was macht man da drin, ganz schnell? Ich weiß nicht genau. Ich habe es gerade schon gesagt, für was ist dieser besser geeignet? Vor Krankenhaus, vor Handschuhe oder vor Pinze, Mahlenau. Für Zahnarzt. Und vor Zahnarzt auch. Zahnarzt, Krankenhaus. Für feine Arbeit. Für was kann man diese Handschuhe verwenden? Und wenn Sie jetzt mal dran denken, dass Sie ja Praktika machen sollen, dass Sie ja verschiedene Berufe auch kennenlernen sollen, für welche Berufe können Sie die Handschuhe verwenden? Das, die kommt da, Tamara. Damit mehr Menschen mit Handicap auf dem ersten Arbeitsmarkt eine Chance bekommen, arbeiten Förderschulen und Berufsschulen in Stuttgart seit 2010 noch enger zusammen. So kann Sophie Unterricht und pädagogisch unterstützte Betriebspraktika kombinieren. Maximal fünf Jahre lang. Sie liebt ihre neue Erwachsenenschule, weil man ihren Wunsch, selbstständig zu werden, dort ernst nimmt. Gärtner! Doch die langen Schultage sind auch anstrengend. Sie braucht mehr Kraft und mehr Zeit als andere, um Neues zu lernen. In den Lehrwerkstätten der Wilhelm-Maybach-Schule erprobt Sophie verschiedene handwerkliche Berufe. Der technische Lehrer schaut seinen Berufsschülern wohlwollend auf die Finger, prüft Ausdauer, Teamfähigkeit und ermutigt sie. So viel klappt es? Immer. Drücken einfach nur so. Geschmack immer. Gleichmäßig. Einfach. Langsam runter. Gut festhalten. Kein beschützte Werkstatt, richtige Arbeit, hat Sophie auf ein Plakat über ihrem Bett geschrieben. Zukunftsplan steht darüber. Geht es? Doch, geht. Wisst ihr was? Wir blasen einfach zu zweit. Genau. Nehmen wir das Werkstück. Seine außergewöhnlichen Schüler wollen etwas lernen. Die normalen Azubis haben häufig keinen Bock. So, wer kriegt das jetzt? Kurzsaya liebt es, im Inklusionsprojekt zu unterrichten, weil er hier etwas zurückbekommt. Sophie hat ihre Stärken in dem Moment, wenn etwas wiederkehrend ist. Das heißt nicht, dass sie am nächsten Unterricht, wenn wir uns wiedersehen, das noch kann, sondern man muss es noch einmal üben. Und das zwei, drei Mal. Und dann, wenn sie es aber dann hat, dann hat sie es wirklich drin und kann es. Und dann ist die Angst auch weg. Ich denke, es ist bei ihr eine gewisse Grundangst vor dem, was auf sie zukommt. Sophie ist, wie sie ist. Sie ist gerne im Mittelpunkt. Wenn sie merkt, sie ist nicht ganz im Mittelpunkt, dann kommt eine Trotzreaktion. Dann muss man sie irgendwie einfangen, wieder mit einbinden. Jetzt sei ja. Sie kann einen schon um den Finger wickeln, wenn sie will. Das ist eine besondere Begabung. Ich denke aber, das, was sie da kann. Wir haben ja mal gesprochen in der Konferenz, in Richtung Kindergarten zu gehen. Das heißt, sie können sich da auch schon einbringen und die Kinder mitziehen, wenn sie jüngere sind wie sie. Ich denke, ihr Bereich ist eher, mit Kindern was zu machen, wie im Erwachsenenbereich. Jugendhaus Helene P. in Stuttgart-Degerloch. Hier kommt Sophie vorbei, so oft sie Zeit findet. Ah, ist das nicht! Das geht. Das geht? Ja, natürlich nicht. Ja, aber wie komme ich runter? Das ist vieles hart. Wieder hochkommen. Wieder hochkommen. Oh Gott! Alter, das ist der Plan. Ich fahre gar nicht runter. Das ist irre. Ob Apfelernte, Mal- und Tanzkurs oder inklusiver Freitagstreff. Die Pädagogen Raphael und Carolin unterstützen und setzen Grenzen, wenn Sophie zu hoch hinaus will. Mutig drauf los, ohne an die Konsequenzen zu denken, so ist Sophie schon als Kind. Ich bin grüßt in dieser Welt. So komme ich runter. Früher haben die älteren Brüder Julius und Richard der kleinen Schwester geholfen. Nach der Trennung ihrer Eltern wachsen die drei Kinder bei ihrer Mutter auf. Die Brüder ersetzen den Vater zu Hause. Sie verteidigen ihre Schwester auch gegen Pöbeleien im Schwimmbad. Ich habe mal erlebt, dass ein kleiner Junge zu Sophie gesagt hat, fette Sau und blöde Kuh und so. Und sie richtig weggeschubst hat, wenn sie irgendwie beim Föhn oder so war und kein anderer Föhn mehr frei war. Im Schwimmunterricht hat das so seine Probleme, dass sie da auch, also das geht hin bis zur Handkräftigkeit und dass sie geschubst wird und so. Und wortmäßig doch ziemlich häufig. Ja, ich habe den angesprochen, ob er das gut findet, wenn man ihn so beschimpfen würde und so wegschubsen würde. Und also dann hat er sich das schon nochmal überlegt, ob er es nochmal macht. Na, mein guter Bruder. Zehn Jahre später. Abends Skype mit Julius in Hamburg. Julius war echt anstrengend. Was habt ihr denn gemacht? Wir haben gerade eben Technik. Technik? Ja. Wie war es denn am Sonntag beim Papi mit dem Plätzchen backen? Sehr gut. Wir haben echt so schöne Frühchen gebacken, Julius. Lasst ihr mir noch welche übrig, wenn ich komme? Natürlich. Das bist du dünn. Bin ich das? Ja. Geht. Familiäre Fürsorge. Jetzt gegenseitig. Ich esse ganz viel. Das ist sehr gut. Aber nicht so viel wie du. Ich esse nicht so viel, Julius. Und sonst mit Mami alles gut und dir? Sehr gut. Ja, läuft das so? Ja. Hockt ihr euch nicht so sehr auf der Pelle? Nö. Nee? Nee. Das ist gut. Ja, und diesen Freitag. Den Alltag müssen Mutter und Tochter jetzt alleine meistern. Konflikte auch. Selvia Kowalik arbeitet wieder. Ihre Berufstätigkeit und Sophies neuen Lebensabschnitt zu organisieren, eine doppelte Belastung. Also 19. Der Erste ist welcher Monat? Freitag. Hm, das weiß ich nicht. Aber der Erste, der erste Monat ist der Januar. Da muss man sich entscheiden. Ja, das ist blöd. Was machen wir? Keine Ahnung. Ich wollte sagen, das, was wir immer machen. Erstmal überschlafen. Ja. Was macht das Zusammenleben mit Sophie aus? Ich glaube, diese, ich wollte gerade sagen, fürchterliche Ehrlichkeit. Ich kann mich nicht verstecken. Ich bin gefordert. In allen Reaktionen, die ich mache, ich muss mich ständig hinterfragen, beziehungsweise kriege ja auch eine Rückmeldung, das war nicht so ganz in Ordnung. Non-verbal, oft. Also es ist schon anstrengend auch mit ihr. Ohne dich, Mami, ohne dich. Und du kannst das wirklich alleine? Ja. Möchtest du mit dem Aberkuss rechnen? Brauch ich nicht. Ich bin kein Baby. Weißt du, Silvia? Ich hab dich gerne. Ja, und ich dich erst du. Oh, Manno. Freude oder Wut. Extreme Gefühlsausbrüche haben alle Menschen mit Down-Syndrom. Darum geht es immer wieder. Diese Rückspiegelung. Wie verhältst du dich eigentlich auch? Und dabei ist es natürlich eine Drahtwanderung. Wie viel von ihrem ursprünglichen Wesen kann ich, ja, ist es möglich zu leben? Und wo ist dann doch eine Grenze? Ich weiß das auch nicht immer. Bad ziehe ich um in ein WG. Was heißt denn bald? Nächstes Jahr? Ja. Echt? Ja. Wird bald neu aufgebaut. Okay. Und dann wohne ich bald. Ich glaube, es dauert noch ein bisschen. Ja, kann gut sein. Ja. Aber ihr versucht das zu machen? Ja. Ja. Ich freue mich dann. Ich bin nicht weg von der Mutter. Ja, das wird Zeit. Hast du vorhin mit Julius Guss gehabt? Natürlich. Das ist sehr dünn aus, Richard. Wer sieht dünn aus? Julius ist sehr dünn. Hallo, hallo. Hallo, hallo, Bruder, Maus. Ich sehe dich nicht. Ich sehe dich nicht. Und ich freue mich dann. Digitale Familienbande zwischen Stuttgart, Hamburg, Stockholm. Goldbar geht, den Rosmarin, in der Wendel. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Erste Begegnung mit Kfz-Mechatronik-Azubis. Sophie und André wechseln Dichtungen am Porsche-Motor. Andersrum, nach links. Genau. Reicht Sophies Kraft für die Schrauben? Genau. Einfach rausdrehen. Dann kommt die. Kaffee, die. Ich dachte, ich weiß. Das ist krass. Jeden Mittwoch ist Praktikumsbesprechung mit den Klassenlehrern und dem Berater vom Integrationsfachdienst. Mit Autos und Reifen mehr machen? Ich mag Autos. Will? Ja, du mag Autos, Sophie. Aber so mit Reifen speziell? Nein. Nein. Okay. Nein, nicht so. Dann kommen wir zur Sophie. Ah! Und jetzt frage ich Sie einfach mal, was Sie gestern denn im Kindergarten gemacht hat. Gestern war es sehr viel anstrengend. Wir haben mich geschlagen bei jemand. Ja. Und es war eigentlich freundlich gewesen und es war sehr, sehr schwierig zum Kindergarten. Aha. Also nochmal, ein Kind hat Sie geschlagen? Ja. Mhm. Ganz gewaltig. Oh ja. Hat mich so sehr aufgeregt. Ja, das kann ich verstehen. Mir fällt gerade ein, dass ich ja vor 14 Tagen mal nach dem Namen der Kinder gefragt hatte. Ich hab's vergessen. Ich hab's vergessen. Ja, aber vielleicht wissen Sie doch ein paar Namen, oder? Betriege. Ja. Ich bin noch. Ich weiß nicht mehr. Naja, vielleicht fällt es gleich noch einen Namen ein. Dann können Sie ihn ja noch sagen. Was mich noch interessiert, Sophie, was haben Sie denn jetzt etwa mittags dann auch selber noch getan für die Kinder oder mit den Kindern? Wir haben noch gespielt gemeinsam. Ja. Ja. Und hat mich dann nicht abends rumgeküchelt. Gut, dass nach so viel Aufregung ein schönes Wochenende auf sie wartet. Sophie fährt allein nach Hamburg zu Bruder Julius. Mit ihrer Videokamera, aber ohne uns. Das kannst du gerne machen. Wirklich. Absolut. Dass wir mal ein bisschen mehr unternehmen. Das ist das Haus, in dem ich wohne. Da oben ist mein Zimmer. Der Innenhof. Das Innenhof und das Hamburg. Das war ein Tschüssi. Das sind die Schuhe. Die Schuhe. Und das ist was. Und das ist Sophie. Das bin ich. Und wir gehen jetzt los in die Schanze, zum was trinken. Ich trinke hier Bier. Guten Appetit. Was für ein Bier trinkst du? Trinkst du richtiges Bier? Nein. Ja? Das können es leicht. Ja. Glaube ich nicht. Nein. Das ist ganz leicht. Doch. Das ist Alsterwasser. Alsterwasser. Alsterwasser ist das. Zurück im Stuttgarter Jugendhaus. Mittlerweile Sophies zweites Zuhause. Im Computerraum unterm Dach. Andere daddeln und mailen. Sophie hat ihre Schauspielkollegen vom Freien Theater Stuttgart gefilmt. Kommentiert ihre Videos. Gebärden unterstützt, wie sie es gelernt hat. Musik Welche Szene ich am besten fand? Ähm, Hangszene. Ich hab mich am besten. Ich muss dann schreiben. Hau, ich komm. Handelfreiheit. Ja, ich war auch mit Aaron. Nächste Theater. Also am nächsten Zeit? Ja. Ich weiß es noch gar nicht. Was? Das Projekt kam, ja. Bitte Aaron. Ich hoffe so. Bitte. In meiner Band, also in mir. Ja. Ich war nicht. Sieht sich ganz vor Ort. Tschüss. Aaron tanzt auch heute im Jugendhaus. Immer Montag mit mir. Echt? Ja. Okay. Ich bin ja klar. Ein hübscher Kerl. Ein hübscher Kerl. Klack, klack. Hallo. Später im Kindergarten arbeiten. Vor zehn Jahren war das Sophies großer Traum. Jetzt macht sie hier drei Monate lang Berufspraktikum. Und sie macht hier drei Monate lang Berufspraktikum. Warte mal. So wie? Alter. So das nicht. Alter. Käse. Wie ist das Käse? Wo ist das Käse? Nee. Nicht ein. Eke. Nee. Nee. Ein zweiter. Eke. Keiner konnte sagen, ob Sophie jemals Sprechen, Lesen, Schreiben wird. Jetzt bringt sie anderen Kindern das ABC bei. Ich glaube, Sophie, da müssen wir ein bisschen drauf achten. Manchmal muss man die Puzzleteile ein bisschen anders drehen. Genau, schauen wir. Eine Erzieherin arbeitet mit Sophie zusammen und unterstützt sie sachte. Sie schafft was weg, wie alle anderen Erzieherinnen auch. Und bringt Leben in die Bude. Kann man sowas nehmen? Kann man alles nehmen? Kann man Stifte? Kann man Elefanten? Elefanten? Elefanten, weißt du, wie es geht? Um. Was ist das? Ein Auto. Ein Auto. Ein Rucksack. Benjamin. Benjamin. Tina, ich brauch dich. Benjamin ist echt verrückt. Spaß morgen. 12 Uhr. 12 Uhr. Schluss für heute. Sophies Mutter und die Kita-Leiterin haben aus städtischen Mitteln eine zusätzliche Inklusionshelferin für Sophie beantragt. Ich denke, da waren wir sehr beharrlich und das war auch gut so. Weil wir natürlich schon den Wunsch von der Sophie, Erzieherin zu werden, ernst nehmen wollten. Wir hätten auch sagen können, wir lassen das mal laufen. Mal gucken, was passiert. Aber wir wollen ja nachher sagen können, ja, das ist ein Berufsfeld für die Sophie. Oder nein, wir denken ernsthaft, dass das so oder so nicht möglich ist. Ist Kindergartenhelferin das Richtige für Sophie? Wird sie die Launen ihrer Schützlinge aushalten, sich persönlich weiterentwickeln? Im Freien Theater Stuttgart hat Sophie Riesenschritte nach vorn gemacht. Vier professionelle Jungschauspieler sind hier die Zugpferde für Jugendliche, die anderswo ausgegrenzt werden, ob als Behinderte, Schulverweigerer oder Flüchtlingskinder. Eine Schule fürs Leben, in der alle auf Augenhöhe voneinander lernen. Ismene Schell ist Regisseurin der turbulenten Gruppe. Weil du ein Dreck bist, heißt das selbst erarbeitete Stück, das heute Abend Premiere hat. Sophie ist nervös heute, sehr nervös. Nicht nur wegen ihrer Mutter, auch alle Freunde aus dem Jugendhaus sind gekommen. Ich bin so hässlich! Ich bin der Hass! Ich bin der Hass! Hassen! Ganzes Recht als Hasht! Ich hab nichts ganzes lassen! Ich bin der Hass! Ich bin der Hass! Auf meine Güte! Sofies Lebensfreude hat die Gruppe gestärkt. Und zwei Dutzend coole Teenager haben gelernt, einander zu umarmen und zu trösten. Und zwei Dutzend coole Teenager haben. Zeige, ich bin der Hass! Jede, ich bin der Hass! Ich bin der Hass! Ich bin der Hass! Sofie, wir brauchen dich, ein Satz, der hier in den letzten drei Jahren oft gesagt wurde, gerne auch laut. Nach der Premiere geht Sofie auf Stimmenfang mit ihrer Kamera. Sofie, ich fand es übrigens ganz arg toll, wie konzentriert du dann heute warst und dass du voll reingehauen hast heute. Du hast richtig Gas gegeben. Und wie hat es dir gefallen, Sophie? Gut. Dann sind wir uns einig. Ja. Das war doch schön heute. Ja. Das ist noch eine Frage. Nix. Nix mehr. So Interviews mag ich gerne. Auch so durch die ganzen Emotionen, die wir verwirklichen müssen. Deswegen war das Stück sehr ausladend. Okay, das reicht. Ich war nicht gerade drinnen. Oh, herrlich. 20. Ja. Das sieht auch ein schönes Gefühl aus. Sehr geiles Gefühl, ja. Erspannt. Aufgeregt. Ja. Ja, dann essen kochen. Alleine sauber machen. Ja, alleine arbeiten dort, alles auspacken. Ja, mit Kisten voll. Das wird was. Guck, stell dich mit deiner Kamera durch und kein Antwort. Adi? Der arbeitet jetzt gerade. Adi? Das du heute noch vor. Das ist gut. Dieses Film ist beendet. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Vielen Dank.